nein nicht schießen cool das aussieht hat haben wir denn 53 leute das ist ja ein bisschen viel ne diese sporttasche ist so random irgendwie finde ich aber die hat irgendwie style ja seid ihr auf weg zum drop nee also wuki meinte dass er dabei wäre wenn der job relativ nah ist ja wenn du noch dabei bist wären wir halt vier kommt darauf an wo der hinkommt wir haben halt auch keine platten das halt so ein ding einfach versuchen was was haben zu verlieren außer wölfe wissen ist es noch nicht wenn ich auch eine mumie ich sag auf mich er boxt durch fenster weg ich würde die haka salassen weil das sind auch die findest du und t sie nicht die fall ja kommen gönnen jagd alterne milchflasche nehmen milch ist gift da sind die ist denn das ist hier direkt nein ich habe nicht ich habe ich vertan das ist doch trotzdem ist es mal das geil der das stark wir sind übel schnell da christ wenn wir durch eck ist wenn wir durch rennen am am maprand sind wir so schnell da also machen ja das go weg anschreibt ja immer die sonne blende warum habe ich keine sonnenblende aua absolute daisy winter flashback und den heli auto oder heli flugzeug das ist der job schießen ein schwarz flugzeug nimm uns mit wir müssen jetzt eigentlich ja wir sind jetzt fast über komplett über kamen und ich sehe die mauern ja 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 es ist es ist eine platze ich bin auch richtig genug so der drop ist quasi geradeaus hier runter ah ja ja ich erzähl es ja ich glaube der kommt unterhalb von nach ronau muss ich sagen so ein bisschen weiter nach links laufen ja hier meine ich das haus rechts auf der linken straßen weiter ja hier das genau wo du grad drauf zu löst toter zombie let's go zwei sogar hinter uns ja wahrscheinlich sind da oben nördlich im wald wieder welche wo wir herkommen meinst du wir müssen auch aufpassen weil ihr meint ja immer war hinter uns wahrscheinlich und dass sie uns von oben vom berg holen ja ich denke auch dass einmal den berg hoch rotieren wird extra also der job ist das schon gleich auf dem boden ja da müssen wir doch eigentlich hier im wald wird jetzt unten oh nee der ist bei uns der ist direkt bei uns also sieht so aus also ich würde sagen ey wir rein rein ja lass das rein ich renne einfach zwei leute hin rennen code lockt und rennen ich muss kurz ein zombie kriegen ich bleib hinten ich bleib hinten ich hab genug space da ist ein spieler ich glaube auch drauf da falle auf mich hat geschossen sniper ich renne weg ich geh ins haus hier wird angeschossen das ist aber glaube ich nur arm oder nicht hinter uns hinter uns hallo leute da kommt ich bin tot hinter uns hinter uns ich bin tot hinter uns ich bin tot hinter uns andere seite ja die rushen gerade naja ich glaube wir zu viel haben naja ein lag bei mir ich kann meine waffe nicht nachladen ich bin tot lebt noch irgendwer ich leb noch ich bin im haus ja gegen einer kämpft mit zombie draußen lebt noch einer von euch gegen hat die Tür aufgemacht naja ist ne nade auf meine position da schießt jemand nach zombies ich habe ein envac geholt ich auch ich wurde gegast ok ich bin oder was ist das eine smoke ja ich habe also ich bin da und ich habe dennoch geholt ja mit einer platte hätte ich glaube ich gemacht was ist das für eine sickness dass ich immer blutige hände bekomme und die kiste erst wenn ich ihn durchsuche vielleicht es gibt eigentlich keine krankheit die dir immer blutige hände macht was habe ich als habe ich lungkrebs oder was wahrscheinlich tuberkulose oder toxic hast du toxic zone betreten nein vielleicht ist es buggy anscheinend dann muss ich mich umbringen ey man jetzt muss ich mich nochmal umbringen wieder 45 minuten umsonst wege gedrückt gehalten ich habe genug cover komplett auf der straße mein blut ist rot jetzt ich habe eine verpackte pox infektion bekommen ich bin jetzt bei der busbahnhof ich bin links von dir okay geil außer dass halt dreckige hände dann ist er natürlich nicht sicher ja ja aber ach da bringst du dich um ja nein nicht schießen schießen nicht nicht schießen nicht schießen nicht schießen das ist so laut stimmt hast du die tabletten noch ja ich gebe dir ja du kannst mich einfach looten habe ich die tabletten noch ja habe ich aber das ist uncool ich will mich mit dem messer umbringen ah soll ich jetzt wirklich tun filmreif wirklich ja wirklich film jo ich habe einen roten helm auf ich habe besuch aua er wollte mit rein geil ach so hier ich habe die hier noch alter willst du den nicht ja du hast ja nichts zum schießen true du hast ja deinen einschuss da du hast draußen oder ich bin glock experte dann geh mal vor du glock experte pass auf alles clear ein schuss habe ich mit der ssg ne ja nein 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 non netti in der schacht wo bist du komm mal komm mal in welcher hier ist ne base hier ist ne spieler echt ups wo 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 na wo ich geschossen hab ach hier vorne in dem hin ja 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 ist der beworfen jetzt ich glaube schon ja ich habe ihn gekillt Da ist es, dry dry hit, okay. Oder Schuss aber. Danke. Hast du mit dem einen Schuss die weggemacht? Ja, ja. Sehr nett. Ist gefährlich. Hey, das ist der. Der hätte sich umsuchen können oder auch nicht schließen können, finde ich. Gönn dir, gönn dir. Ich sehe aus wie so ein Bot, Alter. Mit einem roten Rucksack, einem roten Helm und einem Tarnnetz. Wo ist denn der Prunen? Ja, frage ich dich. Du hast doch die Karte auf, oder? Ja, warte, warte, warte. Ey, der ist direkt neben dem Haus, wo ich drin bin, wow. Moin. Ich habe mal was für deinen Drip, oder? Warte. Hier. Ey, nee, Digga. Oh, ja. Aber ich sehe keinen Zug. Doch, ich sehe einen hinten durch. Rechts. Ah, doch. Ich dachte, der wäre da, aber der ist ja da, True. Und da ist ein Toxi. Ist das so ein super Zug? Ja, das ist so ein super Zug. Ich fange mal von der anderen Seite an. Ja. Ja, okay, dann ist hier nichts mehr, oder? Wow. Was'n Shit. Da ist ein super Zug. Mit einem Taxi, wa? Ja, lass uns mal kurz hier noch die Häuser checken, wenn der Zug schon nicht gelootet wird. Ja. Wow. Wie weit war kommen, Alter? Maprand, ja, sollen wir mal probieren? Ja, mach. Du darfst aber nicht über Maprand fahren. Warum? Das ist ganz wichtig. Wenn du mit Maprand fährst, ist das Auto weg. Echt? Ich glaube schon. Soweit damals. Man kann jetzt driften mit Handbremsen. Echt? Boah. Pass auf. Alter. Geil, ne? Let's go. Oh, runterschalten? Ja, nice. Okay, erster Gang. Aber ich war schneller als Laufen. True. Ey, geil, wo sind wir? Komm mal die Straße weiter am Maprand ran. Nee, dann kommen wir direkt am Maprand. Ja, aber ich muss am Maprand lang fahren. Ist das? Ja, das ist es. Das ist es. Indem유. Ja, das ist es. Du bist. Oh, der ist ein Ja, geil. Üb' ich jetzt mal hier. Ja, geil. Freie Fahrt. Ei, jungen. Also. Hey, Mann. Er denkt sich wie, ja, wir sehen uns einmal einen Pfeil. Das ist ja egal. Wir sehen uns zwei Mal lang. Heißt sich nicht immer was. Heißt sich, man er sagt sich. Ich kann es einfach nicht kontrollieren. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, ne? Mit Van Ness. Ness nimmt das Auto schon gar nicht mehr. Ja, okay. Okay, let's go! Nein! Oha! Das Auto ist nicht weg. Ja, geil. Easy. Calculated. Hä, als ob? Du kannst ja voll über dem Meprand fahren. Ey, soll ich mal nur über dem Meprand? Ja, ich habe irgendwie Schiss. Viel weiter wäre das nicht gegangen. Ich habe mich gerade wieder hingesetzt. Viel weiter wäre das nicht gegangen. Ah, fuck. Nein, wir kommen ja nicht um. Das sah sehr gut aus. Ja, wir müssen jetzt einen leichten Umweg fahren hier. Ja, das stimmt. Vielleicht kann ich nicht wieder umkommen. Oh, oh, oh! Oh! Oh mein Gott! Einmal Gelinde fahren. Gelinde-Taxi. Ja. Ja, das ist auch übel gut zu kontrollieren, ey. Ja. Aber du machst auf jeden Fall besser als ich. Boah! 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 Ja, souveräne Rechtskurve auf jeden Fall. Ja, ne? So, da will ich hoch hier. Ey, wenn uns hier jemand sieht. Ich fahr hier unten, ey. Dem Werk komm ich nicht hoch. Zu wenig PS. Nein, nicht so schnell! Nein, nein! Oh mein Gott! Wir fahren doch mit dem Golf durch den Wald. Lass uns in Ruhe. Ja, ist sehr easy. Motor ist nur am Leu... Ja, egal. Ja, wir haben keine Reifen mehr, Kumpel. Ah. Doch. Safe. Geh mal kurz weg. Okay, Auto ist kaputt. Ja, egal. Perfekt. Ja, also weil ich hier nicht in der Handel Compaarles aufgeführt habe...